Dann will ich doch jetzt schon ein bisschen Exposure dazu haben. Das heißt, keine Glaskugel spielen, kein Nostradamus oder Vanga spielen, sondern einfach schon mal Exposure haben zu den Preisen, die man jetzt schon sieht. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Ich werde da nochmal in einige Projekte reingehen, wo ich der Meinung bin, dass ich da noch nicht genug von habe oder wo ich noch nicht eingestiegen bin. Wie gesagt, bei Rendon und bei Tau, wie ihr sehen könnt, warte ich auf einen stärkeren Pullback. Sobald der kommen wird, werde ich reingehen. Und da ist es mir auch relativ unwichtig, wie tief das fallen wird mit dieser Korrektur. Wenn Bitcoin stark runter korrigiert, werde ich darauf achten. Sollten diese Projekte dann auch runtergehen, dann werde ich sie an einem bestimmten Punkt einkaufen. Und ja, und wenn das Ding dann, wenn das Ding dann, guck mal, jetzt befindet sich hier bei, wie viel? 4,97 Dollar. Wenn er jetzt auf 10 Dollar hochgehen sollte und Bitcoin crasht und wir landen jetzt bei der 6 Dollar, dann werde ich da einkaufen. Dann werde ich bei der 6 Dollar einkaufen, weil das für mich die Bestätigung, dann ist das ab diesem Punkt wahrscheinlich, dass das Ding nur noch nach oben gehen wird. Dann ist das so. Soll ich natürlich Liquidität haben, würde ich jetzt auch bei diesen Preisen leicht schon reingehen. Das mache ich immer so, wenn ich so diese tiefsten Bereiche verpasst habe und wir jetzt schon einen leichten Anstieg sehen. Wenn ich jetzt meine Liquidität zur Verfügung hätte, würde ich vielleicht schon mit 10 bis 15 Prozent oder vielleicht auch 20 Prozent jetzt schon reingehen. 80 Prozent würde ich noch beiseite halten für einen stärkeren Crash. Einfach, um jetzt schon Exposure zu haben, weil wir wissen nicht, geht das ab hier nur noch nach oben oder geht das von hier aus noch einmal runter. Wir wissen das nicht. Vielleicht werden wir niemals so einen tiefen Preis wie jetzt wiedersehen. Jemals wieder. Wer weiß? Wer weiß? Und wahrscheinlich, aber wer weiß? Vielleicht kommt das ja so. Seit ich euren Kanal folge, bin ich richtig gelassen auf diesem Markt. Ich habe durch dich extrem viel gelernt. Mach bitte weiter so. Liebe geht raus. Danke auch dir vielmals für diese netten Worte. Das freut mich natürlich unheimlich, sowas zu hören. Und das ist einer der Hauptgründe natürlich auch, warum wir hier im Space sind. Wir wollen Menschen helfen, finanzielle Freiheit zu erreichen. Wir wollen Menschen helfen, sich weiterzubilden. Und wir möchten natürlich die, die neu sind und ziemlich schnell nervös werden, wenn mal irgendwie so eine Korrektur kommt, weil sehr, sehr viele das Ganze einfach hypen und nutzen, um Klicks zu generieren. Dass wir einfach für euch da sind und euch zeigen, worauf es wirklich ankommt, worauf ihr wirklich achten sollt, um hier nicht in Panik zu verfallen und wie viele, viele andere einfach Panik zu sagen und das später zu bereuen.